Bombax ist eine moderne Interpretation eines historisch bedeutsamen Steifcharakters. Ein Elefant war das allererste Tier, das unsere Gründerin Margarete im Jahr 1880 fertigte. Sein erhobener S-förmiger Rüssel symbolisiert das Glück und spiegelt seine Fröhlichkeit wieder. Diese Form wurde 1897 ausgewählt, um das Firmenlogo zu repräsentieren, welches Bombax stolz in Form seiner Halsmarke trägt. Als eines der wundersamsten Tiere der Natur freut sich Bombax als Teil der neuen Serie ikonischer Charaktere aus alternativen Materialien der Reihe Teddies for Tomorrow beizutreten.